Hallo, ich bin Elias Obella, bin 19 Jahre alt, komme gebürtet aus Neuss, aus Deutschland. Ich habe sieben Jahre beim 1. FC Köln gespielt und bin froh, jetzt hier in Herathlis zu sein. Meine Stärken sind mein Spielaufbau, meine Schnelligkeit und auch meine Zweikampfstärke. Ich habe zwei Wochen mit der Mannschaft zusammen trainiert und habe gute Erfahrungen mit den Jungs gemacht, wurde gut aufgenommen und hat mir sehr gefallen hier und die ersten Eindrücke waren ja auch schon sehr gut und ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass es endlich geklappt hat mit dem Wechsel und ja, ich bin froh hier zu sein. In der Zeit, wo ich hier nicht trainiert habe, hatte ich Kontakt mit dem Teammanager Tim Gillissen und dem Trainer auch, der telefoniert und ja, es hat dann erstmal nicht direkt geklappt, aber dann nach einer gewissen Zeit war dann alles durch und dann sind Tim Gillissen, Frank Wormuth und ich nochmal in Kontakt getreten und dann hat alles geklappt. Was ich hier erreichen will, sind mich selber zu verbessern, auch der Mannschaft irgendwann weiter zu helfen, hier vielleicht ein paar Spiele zu machen und ja, mich hier im Großen und ein bisschen gut entwickeln und meine Qualitäten in die Mannschaft reinbringen. Ja. Und dann haben wir es. Wo ist jetzt in der Zeit. Oh ist der clawfellso. Und er ist ja auch in der Zeit.